Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Ich bin Benjamin Gollme, hallo und herzlich willkommen. Zunächst einmal machen wir den Überblick über unsere heutigen Themen. Und da hilft uns die ehemalige Drogenbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Daniela Ludwig. Nur weil Alkohol gefährlich ist und bestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. So klang das vor rund dreieinhalb Jahren, aber mit dem gestrigen Tag hat sich in Deutschland vieles geändert. Cannabis-Konsum ist grundsätzlich erlaubt, ebenso der Anbau und unter Umständen auch der Kauf. Die Ampelkoalition hat das Kiffen für Erwachsene legalisiert. Darüber sprechen wir mit Michael Klein. Seit 30 Jahren ist er Professor für klinische Psychologie und hat seinen Schwerpunkt in der Suchtforschung. Außerdem bei uns, es geht um Kinderbücher, unter anderem um das hier. Glaubt ihr, ihr könnt mir ungestraft die Kornsäcke aufschlitzen? Weh euch, jetzt geht's euch schlecht. Hinein in den Trichter schütteln wir die böse Wichter. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ricke, racke, ricke, racke geht die Mühle mitgeknacke. Das waren die letzten Sekunden von Max und Moritz. Die beiden verstarben in einer Mühle. Hier gehört beim Europa-Verlag. Kinderbücher werden umgeschrieben, damit sie besser in die neue Zeit passen. Ein Fuchs wird zum Vegetarier und Wörter werden entfernt. Ist das richtig oder falsch? Das fragen wir den Schriftsteller Bernhard Lassan. Und es geht bei uns um das Duell des Jahres. Joe Biden gegen Donald Trump. Der Wahlkampf läuft und wird mit aller Härte geführt. Außerdem werden die USA von neuen Skandalen geschüttelt. Es geht um den Kindersender Nickelodeon und den Musikstar Pete Diddy. Wir schalten nach Florida zu unserer Nordamerika-Korrespondentin Susanne Heger. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Sie stehen direkt am Brandenburger Tor in Berlin. Zur linken Hand liegt der Reichstag. In der rechten Hand steckt ein Joint. Offener Drogenkonsum im Regierungsviertel. So war das in der Nacht zum Montag. Cannabis ist legal geworden. Zum 1. April haben sich in Deutschland die Regeln zu Anbau, Konsum und Erwerb von Cannabis deutlich geändert. Erwachsene Konsumenten dürfen kiffen. Nach gewissen Regeln. Die Ampel-Koalition will damit einen jahrzehntealten Konflikt lösen und die Drogenpolitik modernisieren. Zu diesem Thema begrüßen wir nun Professor Michael Klein. Seit 30 Jahren ist er Professor für klinische Psychologie und hat seinen Schwerpunkt in der Suchtforschung. Er leitet das Deutsche Institut für Sucht- und Präventionsforschung in Köln. Herr Klein, herzlich willkommen. Ja, hallo. Die neuen Regeln sollen die Konflikte zwischen Konsumenten und Justiz beenden, für sichere Produkte sorgen, gleichzeitig aber den Jugendschutz nicht vernachlässigen. Erstes Fazit, wie gelungen ist das Gesetz? Ja, das Gesetz ist jetzt zuletzt mit heißer Nadel gestrickt und verabschiedet worden. Von daher sind die Erwartungen, die von offizieller Seite hier hineingesetzt wurden, sicherlich nicht alle erreichbar. Fangen wir also mal bei der Justiz an. Da haben ja Richterverbände und andere Organisationen schon zu Recht darauf hingewiesen, dass jetzt vermutlich mehr als 100.000 Altfälle aufgerollt werden müssen, weil es eine rückwirkende Amnestie gibt für die Regelungen, die jetzt legal sind. Weil im Gerichtsbereich überwiegend noch händisch gearbeitet wird, ist das natürlich zunächst einmal eine enorme Belastung für das Justizsystem, was da die Arbeit auch erstmal für längere Zeit verstopfen wird. Der andere Punkt mit dem Kinder- und Jugendschutz ist sicherlich auch problematisch, weil wir ein legales Alter von 18 Jahren haben für den Erwerb von Cannabis in den Social Clubs oder auch für den Anbau zu Hause. Dieses Alter ist nun eindeutig zu gering, was die Gehirnentwicklung der Menschen angeht. Und der andere Punkt ist, dass die Cannabis-Prävention an den Schulen und im Jugendbereich noch deutlich zu unterentwickelt ist. Das heißt, Sie fordern eine Grenze, die weiter oben liegt. Also Bier trinken ab 16 ist in Ordnung, wählen ab 18 ist in Ordnung. Aber Cannabis konsumieren ab wann? Ab 21, ab 25? Was wäre aus Ihrer Sicht zielführender? Ja, das ist die interessante Frage. Also zunächst einmal wäre das Cannabis-Gesetz auch eine gute Gelegenheit gewesen, das legale Alter für Alkohol zu erhöhen, was für vergorene Alkoholiker, also Bier, Wein, Sekt, immer noch bei 16 Jahren ist. Die meisten Länder um uns herum haben 18, also das wäre im Sinne des Jugendschutzes auch eine gute Maßnahme gewesen. Was jetzt das Cannabis selbst angeht, ist 18 eine sehr willkürliche Zahl aus entwicklungspsychologischer Sicht. Die Reifung und der Umbau des Gehirns ist im Wesentlichen zwischen 23 und 25 Jahren abgeschlossen. Von daher wäre es sicherlich ratsam gewesen, so wie das auch in den USA, aber leider nicht in Kanada praktiziert wird, ein legales Alter von 21 Jahren wenigstens einmal vorzusehen. Dann gehen wir doch gleich den nächsten Schritt. Bier, Wein, Sekt, Cannabis, alles erst ab 21 oder ab 23. Wäre das eine Forderung, die Sie als Suchtforscher unterstützen würden? Nein, für die Alkoholiker würde ich 18 Jahre vorschlagen, also für alle Alkoholiker, für Cannabis 21 bis 23 Jahre. Wir haben leider das Dilemma, dass die Mehrzahl der Cannabis-Konsumenten, die ja junge Männer sind, dass bei denen die Gehirnreifung später abschließt als bei den jungen Frauen. Und von daher wäre 23 sicherlich besser als 21. Lassen Sie uns den Konsumenten mal genauer anschauen, wie er Ihnen dann halt auch begegnet. Jetzt haben Sie schon ein erstes Indiz genannt. Junge Männer sind häufig dabei. Wie viele von denen, würden Sie sagen, sind tatsächlich abhängig und wann ist man abhängig? Bei einmaligem Konsum, bei täglichem Konsum, wie würden Sie das alles definieren? Ja, wir orientieren uns natürlich an dieser Stelle an den Kriterien der WHO, die dann in der ICD festgelegt sind. Die wesentlichen Kriterien für Sucht sind eben Kontrollverlust, unwiderstehliches Verlangen, Toleranzerhöhung, also einen immer höheren Konsum, der dann praktiziert wird und Veränderung des Lebensstils. Wir gehen davon aus, dass es in Deutschland im Moment etwa 300.000 Cannabis-Abhängige gibt und etwa nochmal 200.000 Cannabis-Missbraucher. Und es ist eben auch eine spannende Frage, ob diese Zahl jetzt mit der Legalisierung zunimmt. Das ist zunächst mal abzuwarten. Aber grundsätzlich ist es zumindest nach den Erfahrungen in anderen Ländern eine Möglichkeit, dass die Zahl der Cannabis-Konsumenten zunächst mal steigt und erst dann in einer gewissen Zeit sich wieder reduziert. Allerdings dann nicht ganz deutlich, ob es auf das Ursprungsniveau reduziert oder ob es dann doch auf einem höheren Niveau bleibt. Diese Analogie zum Alkohol, die wird ja in der Debatte immer gebracht und zwar seit Jahrzehnten. Also Cannabis-Konsumenten sagen, ja, aber Alkohol ist ja auch legal. Jetzt haben wir tatsächlich die Situation, dass man Alkohol in Berlin oder in Köln, wo sie sind, rund um die Uhr kaufen kann und die Flachmänner gibt es sogar direkt im Supermarkt noch an der Kasse. Kann man nochmal schnell zugreifen. Also sehr hohe Verfügbarkeit von Alkohol. Bei Cannabis wird es jetzt ja ähnlich. Die Verfügbarkeit wird deutlich leichter. Man kann es zu Hause straffrei anbauen, man kann in den Social Club gehen, es dort kaufen. Verschwindet dadurch nicht diese Grenze, dass man nochmal sich illegal machen muss, dass man zu einem Dealer gehen muss in den Park oder die Dealer kommen lassen oder in die Wohnung vom Dealer? Also diese illegale Hürde muss ja dann nicht mehr übersprungen werden, sodass das Kiffen dann für die Abhängigen noch deutlich leichter wird. Die Verfügbarkeit ist sicherlich immer ein Erleichterungsgrund für den Konsum. Deshalb kann man auch annehmen, dass der Konsum von Cannabis jetzt zunächst einmal zunimmt. Wir sind, was Alkohol angeht, also ein völlig alkoholpermissives Land. Also das heißt, Sie haben das ja gesagt, wir bekommen Alkohol in jeder Dosierung, an jedem Ort, zu jeder Tageszeit. Und wir wissen in der Suchtforschung schon lange, dass also eine Einschränkung der Verfügbarkeit oder auch eine Erhöhung des Preises mit einer Reduktion der Konsummenge einhergeht. Und insofern wird es bei Cannabis interessant sein, zu beobachten, welchen Einfluss, Verfügbarkeit und Preis dann haben werden. Die andere Seite sagt natürlich, ich bin jetzt ein erwachsener Mann von 41 Jahren. Wenn ich mich entscheide, Bier zu trinken, zwei Bier, fünf Bier, da ist das genau meine Entscheidung. Beim Cannabis ist es ja ähnlich. Wenn ich das gerne machen möchte, dann entscheide ich für mein Leben und für meine Gesundheit, dass es nicht schädlich ist, weil ich den Schaden dann in Kauf nehme. Also warum sollte mir der Staat immer sagen, was ich darf und was ich nicht darf? Das ist genau das Dilemma jeder Drogenpolitik, mit der man auch Politiker keine Blumentöpfe gewinnen kann. Das Dilemma besteht zwischen den Freiheitsrechten der Menschen, der Bürger auf der einen Seite und dem Schutz vulnerabler Menschen auf der anderen Seite. Vulnerabel sind zunächst einmal Kinder, Jugendliche. Vulnerabel sind aber auch psychisch kranke Menschen. Deshalb muss man in diesem Dilemma zwischen Freiheit und Schutz einen letztendlich mittleren Weg finden, der aber insbesondere Kinder, Jugendliche gut schützt. Die vulnerable Menschen kommen ja ohnehin dran. Also wer in einer Großstadt aufwächst, der wird wahrscheinlich wissen, wo man Drogen kaufen kann. Jetzt kommt also Gesundheitsminister Karl Lauterbach und sagt, jetzt gibt es eine geregelte Abgabe. Das ist jetzt kein gepanschtes Zeug, sondern derjenige, der es dann braucht, der bekommt etwas vermeintlich Sicheres, also ein sicheres Produkt. Ist das ein Argument für die Liberalisierung? Und wenn das für die Cannabis-Legalisierung ein Argument ist, ist das nicht auch ein Argument für die Liberalisierung von Kokain, Ketamin, MDMA und anderen Stoffen? Das wird auf die lange Sicht politisches Thema werden. Das sehen wir jetzt schon in den USA, dass die Legalisierung von Kokain gefordert wird. Aber grundsätzlich denke ich, ist es so, dass die vulnerablen Menschen, dass die etwas anderes brauchen als die gute Verfügbarkeit. Wir brauchen nämlich frühe Hilfen für ihre Vulnerabilität. Das heißt Menschen, die empfänglich sind für Depressionen, für übermäßige Angstsymptome. Oder es gibt ja auch diese besondere Auffälligkeit bei unseren Patienten, dass viele Jugendliche mit ADHS-Symptomatik schon früh in Cannabiskonsum einsteigen, obwohl das wirklich nicht das geeignete Behandlungsmittel ist. Aber es hat eben teilweise beruhigende Effekte, sodass das ganz gerne gemacht wird. Also nochmal, ich denke, die vulnerablen Menschen, gerade bei Kinder, Jugendlichen, die brauchen nicht diese höhere Verfügbarkeit. Ist ja für sie auch prinzipiell nicht angedacht. Aber die Gefahren sind da, dass sie leichter an dieses Suchtmittel, zum Beispiel durch Kontakte mit jungen Erwachsenen, kommen. Aber sie brauchen was ganz anderes, gerade bei der Zunahme von psychischen Belastungen von Jugendlichen, die in den letzten Jahren ja sehr erheblich gewesen sind. Sie brauchen wirklich Frühinterventionen, sie brauchen frühe Hilfen, um ihr Leben meistern zu können. Und vor allen Dingen die Probleme, die sie belasten in den Bereichen Stress, Ängste, Depressionen oder eben auch Aggressivität und Hyperaktivität. Ich denke, sie haben damit auch auf die Covid-19-Maßnahmen angespielt. Da heißt es ja von der Politik, Kinder und Jugendliche waren am meisten betroffen. Ich will noch ein kleines Gegenargument bringen. Menschen, die demonstrieren wollten und nicht durften, waren ja ebenfalls betroffen. Oder solche, die auf der Arbeit gemobbt und ausgegrenzt wurden, weil sie nicht geimpft gewesen sind. Oder sogar Angst haben mussten, ihre Arbeit zu verlieren, weil sie sich gegen das vermeintlich freiwillige Impfangebot entschieden haben. Also, wir müssen darauf hinweisen, dass ja der soziale Druck oder der psychische Druck nicht nur für die Jugendlichen möglicherweise extrem gestiegen ist, sondern auch für Erwachsene. Können Sie das beobachten bei sich? Ja, das ist völlig richtig. Das ist auch ein Effekt, der noch in der Öffentlichkeit überwiegend verdeckt da ist. Ich habe in meiner Praxis erwachsene Patienten, die in der Zeit der Covid-Maßnahmen eben erhebliche soziale Ausgrenzung erlitten haben und eben damit auch schlecht oder schwer auf die Dauer zurechtgekommen sind. Und das ist ein Aspekt, den man stärker sehen und realisieren muss, als Schaden, der da Menschen zugefügt worden ist. Eingangs des Gesprächs sagten Sie, das sei jetzt alles irgendwie mit der heißen Nadel gestrickt. Aber Bündnis 90, die Grünen und FDP fordern die Legalisierung ja seit vielen Jahren. Und seit über zwei Jahren steht sie im Koalitionsvertrag. Wieso ist denn das dann mit der heißen Nadel gestrickt? Naja gut, wir hatten eineinhalb Jahre Zeit, um dieses Gesetz hochzuziehen. Ich glaube, dass die Politik und die Beamten im Ministerium einige Überraschungen erlebt haben, dieses Gesetz zu formulieren. Es ist ein sehr kompliziertes Gesetz mit 44 Paragrafen, mit sehr viel ordnungsrechtlichen Regelungen. Zum Beispiel der Abstand von Schulen, Kindergärten, Jugendstätten, Sportstätten, der im Gesetz vorgesehen ist, von, ursprünglich waren es mal 200 Metern, jetzt sind es 100 Metern. Das ist natürlich eine dermaßen bürokratische, irreale Idee, die dort vorgesehen ist, die überhaupt nicht kontrollierbar sein wird im großen Stil. An der Stelle sehen wir auch schon, dass das Gesetz in weiten Teilen seiner Praxis nicht kontrollierbar sein wird. Und dass dann wieder die Menschen den Eindruck haben werden, dass dort eben Regelungen getroffen werden oder worden sind, die nicht eingehalten werden. Im Übrigen muss man natürlich auch überlegen, was diese Abstandsregelungen im Grunde bedeuten, von den Schulen zum Beispiel, weil das eigentliche Problem des Cannabiskonsums schon längst auf den Schulhöfen stattfindet und dort eben eine verbesserte Prävention und Frühintervention stattfinden muss. Es kann sogar so sein, dass durch die Teillegalisierung des Cannabis im Erwachsenenbereich die Illegalsstrukturen noch stärker an die Schulen wandern, um ihre Vertriebswege und Gewinne zu erhalten. Als europäischer Vorreiter in Sachen Cannabis galten die Niederlande. Allerdings ist die Drogenpolitik der Niederlande über die Jahre ja auch wieder restriktiver geworden. Welches internationale Modell würde Ihnen am ehesten vorschweben? Naja, es gibt ein paar Modelle, die erfolgreicher sind. Ich denke jetzt insbesondere an Portugal und inzwischen auch an Norwegen. Das sind eben Länder, die vor allem jetzt zuletzt Norwegen, die gezeigt haben, dass es nicht zwingend zu einer Legalisierung kommen muss und dass man eben auch mit einer Toleranzregelung des Konsums, vor allen Dingen jetzt im Jugendalter, gute Erfolge erzielen kann. Das bedeutet, man strafverfolgt Jugendliche nicht mehr. Wenn aber Jugendliche mit Cannabiskonsum auffällig werden, zum Beispiel Schulverweigerung oder Schulabsentismus, dass man dann eine Beratungspflicht eingeführt hat, was bei Suchterkrankungen sicherlich auch ganz sinnvoll ist, weil die Betroffenen zunächst einmal im Regelfall nicht freiwillig in eine Beratung oder Therapie gehen, aber im Rahmen einer Beratung durchaus sowas wie Einsicht oder Änderungsmotivation entwickeln können. Noch eine Frage für die Eltern oder Großeltern unter unseren Zuhörern. Wie würden Sie denn mit den Kindern sprechen? Also wenn Sie merken, das Kind interessiert sich einfach für gewisse Substanzen, nicht nur für Cannabis, sondern auch für sogenannte harte Drogen, wie würden Sie mit dem Kind reden? Mach es auf keinen Fall oder probiere es mal aus, aber sei vorsichtig? Das ist eine interessante Frage. Also ich denke, dass es schon geeignet ist, bei harten Drogen wirklich vom Konsum abzuraten und da eine deutliche Schranke zu etablieren und dass viele Kinder und Jugendlichen auch dem dann folgen, dem Wort ihrer Eltern. Das hängt natürlich auch sehr von der Eltern- oder Großeltern-Kind-Beziehung ab. Dass aber auf der anderen Seite die Neugier und die Experimentierbereitschaft von Kindern, und gerade Jungs sind es dann da besonders, dass die auch nicht unterschätzt werden sollte. Dass es dann aber auf jeden Fall immer so sein sollte, dass man in einem offenen Gespräch bleibt. Also dass das Kind der Jugendliche in der Lage ist und auch so offen ist, dann eben auch im Kontakt zu bleiben. Dass das sozusagen das höchste Gut dann ist. Nach dem Motto, wenn er schon konsumiert, dass er dann eben auch in Kontakt bleibt. Deutschland hat den Cannabiskonsum liberalisiert. Damit rollt aber noch keine grüne Welle über das Land. Nun müssen sich zunächst die Clubs gründen und mit dem Anbau und der Abgabe beginnen. Erschwert wird das auch durch Abstandspflichten zu Einrichtungen wie Schulen oder Kitas. Über Chancen und Risiken zum gestrigen Start des Cannabis-Gesetzes und über Süchte und Substanzen an sich sprachen wir mit Professor Michael Klein. Der Suchtforscher leitet das Deutsche Institut für Sucht- und Präventionsforschung. Herr Klein, herzlichen Dank. Ja, danke Ihnen. Fast genau vor einem Jahr, am 15. April 2023, sind in Deutschland die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz gegangen. Damit sollte der Atomausstieg endgültig besiegelt werden. Doch die Freunde nuklearer Stromerzeugung hatten noch eine Hoffnung. Vielleicht wird sich der Wind ja noch einmal drehen. Vielleicht kommt der nächste Ausstieg vom Ausstieg angesichts der hohen Energiepreise. Doch vergebens, Isar 2 wird abgerissen. Diese Entscheidung kommentiert Burkhard Müller-Ulrich. Die antike Erzählung von Antigone handelt von einer Frau, die ihren toten Bruder trotz Verbot des Königs bestattet, weil die Bestattung naher Verwandter ein sittliches und damit göttliches Gesetz ist. In unserer endgöttlichen Zeit ist von dieser übergeordneten Instanz quasi als Taschenausgabe das sogenannte Gewissen übrig geblieben. Immerhin, Gewissensappelle gelten noch etwas, selbst wenn sie meist in hohlen Sonntagsredenformeln daherkommen. Eine der gängigeren lautet, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Was das bedeutet, kann man jeweils nur im Anwendungsfall erörtern, aber Anwendungsfälle gibt es im Leben jedes Einzelnen jeden Tag. Oft tut man etwas, das man eigentlich nicht tun will, aber es wurde befohlen. Oder man unterlässt etwas, von dem man eigentlich weiß, dass es richtig wäre, es zu tun, aber es wurde verboten. Personalchefs entlassen Mitarbeiter, deren Verdienste sie sehr wohl kennen, aber sie können nichts machen. Die Geschäftsleitung verlangt es. Polizisten, die möglicherweise selber Väter sind, haben Kinder von Spielplätzen gejagt, weil es Vorschrift war. Tut mir leid, ich muss dich erschießen, sonst erschießen die mich, das ist die klassische Konstellation in Mafia-Verhältnissen. Und politische Machtverhältnisse funktionieren ganz genauso. Sie sind auf Angst gebaut, Angst vor den Folgen einer Befehlsverweigerung oder eines Verbotsübertritts. Solche Angst kann vieles rechtfertigen. Nicht jeder eignet sich zum Märtyrer. Wenn es um die körperliche Unversehrtheit geht, ums Leben gar, möchte niemand vorhersagen, wie es um die eigene Gewissensfestigkeit bestellt ist. Aber weit unterhalb solcher existenziellen Extremsituationen liegt die Ebene der Bequemlichkeit, ein Amt zu bekleiden und es behalten zu wollen. Und hier rückt der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber für einen winzigen Augenblick ins Zentrum dieser Betrachtungen. Der Mann hat gerade von Amts wegen die Zerstörung, in der Sprache der Regierungsmedien Rückbau genannt, des Kernkraftwerks Isar II angeordnet. Aber er hat es wider Willen getan. Er ist nämlich der Überzeugung, dass dieser Rückbau, diese Zerstörung, der nächste Schritt auf dem energiepolitischen Irrweg des Bundes sei. Das hat er gar nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz offiziell verlautbart. Und hinzugefügt, der Grund für sein Handeln liege ausschließlich in den verpflichtenden Vorgaben des Bundesatomgesetzes. Wir müssen uns Herrn Glauber also als tragische Figur im klassischen Sinne vorstellen. Zwei Seelen kämpfen, ach, in seiner Brust. Die eine sagt, was du gerade tust, ist falsch und verheerend für dein Land. Und die andere sagt, ich will aber meinen Job behalten. Denn natürlich zwingt niemand Herrn Glauber mit vorgehaltener Waffe etwas zu tun, das seiner ausdrücklichen Überzeugung zuwiderläuft. Im Gegenteil. Politiker im klassischen Sinne tun das, was ihrem Gewissen als richtig erscheint, und wenn sie damit nicht mehr durchkommen, dann sind sie für sich selbst verantwortlich und treten zurück. Eine der dümmsten und dreistesten Begründungen für ungerührtes Weitermachen geht so. Ich versuche nur zu verhindern, dass anderen noch mehr Schaden anrichten. Wir wissen nicht, ob Thorsten Glauber sich bereits in dieses titanische Bewusstsein des Weltenretters hineingesteigert hat oder ob er sich aus einem trefflichen Gefühl für seine Bedeutungslosigkeit an das Amt klammert. Mit seiner peinlichen und erniedrigenden Selbstdistanzierung beschädigt er aber das Ministeramt in einem gar nicht abzuschätzenden Maße. Denn was folgt daraus, wenn staatliches Handeln generell mit Signalen der Uneigentlichkeit daherkommt, wenn eine Politik des Nichtgemeinten um sich greift? Es ist schon schlimm, wenn Minister das Falsche tun. Eine Zumutung ist es jedoch, wenn sie achselzuckend erklären, sie hätten durchaus das Gegenteil gewollt und man möge ihnen deshalb bloß nicht böse sein. Es sind noch sieben Monate, dann wählen die Vereinigten Staaten von Amerika zum 60. Mal ihren Präsidenten. Zur Auswahl werden vermutlich Amtsinhaber Joe Biden und sein Vorgänger Donald Trump stehen. Joe Biden hat in der vergangenen Woche ein Drei-Präsidenten-Treffen gefeiert, gemeinsam mit Bill Clinton und Barack Obama bat er um Spenden für seinen Wahlkampf. Dabei sollen 25 Millionen Dollar eingenommen worden sein. Donald Trump hat am Freitag ein Video veröffentlicht, auf dem Biden dargestellt ist, wie er gefesselt auf der Ladefläche eines Pick-Ups liegt. Der US-Wahlkampf ist also im vollen Gange und wir bringen uns nun auf den neuesten Stand. Zugeschaltet aus Florida ist unsere Nordamerika-Korrespondentin Susanne Heger. Schönen guten Tag. Ja, hallo aus Florida. Der Präsident gefesselt auf dem Boden, geteilt vom Kandidaten Trump. Die Kampagne von Joe Biden sieht darin eine Art Gewaltaufruf. Wie wird das in den USA diskutiert? Ja, es wird diskutiert wie immer. Also die Demokraten behaupten, dass Trump erneut zu einem Blutbad aufruft, wie sie es ja schon behauptet haben, als er über die amerikanische Autoindustrie sprach. Für die Republikaner ist es halt jemand, der mit einem Truck fuhr. Es wurde ein Video davon gemacht und Trump teilt es, weil es auch durchaus, ja, es passt in diesen Wahlkampf, in diesen sich zerfletschenden Wahlkampf, wo keiner dem anderen den Dreck unter den Fingernägeln gönnt. Und insofern Business as usual, würde ich sagen. Wir hatten natürlich dann halt auch die Inauguration, wo der Kongress gestürmt wurde. Das ging ja nicht gewaltfrei ab. Und jetzt den Präsidenten so darzustellen, ist das dann doch ein bisschen geschmacklos? Geht das ein bisschen zu weit von Donald Trump, das zu vervielfältigen? Also sagen wir so, Donald Trump ist ja bekannt dafür, dass er über Grenzen geht und dass sein Geschmacksbegriff durchaus nicht immer mit dem alle anderen Amerikaner übereinstimmt. Und man kann durchaus sagen, dass es ein bisschen zu weit ging. Auf der anderen Seite, es ist tatsächlich nicht unnormal, dass das passiert. Genauso wie ja Trump regelmäßig angegriffen wird von den Demokraten. Da gibt es genauso Bilder von Galgen, an denen Trump hängt. Also es ist ein Wahlkampf, den man von deutschen Maßstäben trennen muss. Also sowas gibt es in Deutschland ganz, ganz selten. Und wenn es ist, es ist ein allgemeiner Aufreger. Hier sind diese Sachen, die brutaler sind, in denen es zum Beispiel um Gewehrgewalt geht, um Waffengewalt. Die sind viel präsenter und sie werden halt benutzt. Die einen lachen sich tot darüber, finden es amüsant, die anderen regen sich auf. Und natürlich ist der 6. Januar etwas, wo es zu Gewaltausbrüchen kam. Wir wissen mittlerweile alle, dass es wohl doch nicht ganz so war, wie uns erzählt wurde. Es gibt mittlerweile Videos, die gezeigt haben, dass da auch sehr viel Friedliches dabei war. Oder ob das damit zu tun hat, dass Trump zum Gewalt aufgerufen hat. Oder ob es da einfach nur war, dass er es nicht gestoppt hat. Ich weiß es nicht. Aber so schlimm, wie es in Deutschland diskutiert wird, wird es hier nicht aufgenommen. Trump ist derzeit auf einer Ochsentour. Er spricht in etlichen Bundesstaaten, tritt immer wieder auf vor seinen Unterstützern und Fans. Wie viel Enthusiasmus ist jetzt eigentlich da? Also wie läuft seine Kampagne im Vergleich zu den beiden vergangenen? Also ich würde sagen, wir sind wieder fast auf dem Stand, auf dem wir 2016 waren. Ich habe 2016 gewettet, dass Trump gewinnt. Einfach nur, weil ich mich hier in Florida umgeguckt habe und gesehen habe, wie enthusiastisch die Menschen waren. Wie die Vorgärten geschmückt waren mit Trump-Pence-Zeichen. Und es war für mich klar, Florida war damals ein Swing-State, der gewinnt. 2020 sah es anders aus, weil es auf einmal Covid gab. Trump, der vorher als sicher gewinnend gesetzt wurde, wurde durch Covid arg gebeutelt. Seine Tour konnte er nicht machen in dem Sinne, wie er sie heute macht. Er konnte nicht mit den Menschen reden. Es war ja alles verboten. Große Aktionen waren verboten. Und Joe Biden hat tatsächlich mit einem Wahlkampf aus dem Keller dann gewonnen. Dieses Jahr sehe ich eher wieder so wie 2016. Also Trump macht seine Tour. Trump ist bei den Menschen. Trump begeistert die Menschen. Und das kann er. Er ist wirklich ein Menschenfänger. Wer ihn gesehen hat, ich habe ihn etliche Male mittlerweile gesehen. Er ist jemand, der die Massen begeistert, der die Menschen begeistert, der die Menschen dirigieren kann. Und da wird Joe Biden es ganz, ganz schwer haben, gegen anzukommen. Präsident Biden muss in der Zwischenzeit regieren. Die US-Wirtschaft hat ein starkes viertes Quartal 2023 hingelegt. Die Inflation scheint gezügelt und später im Jahr könnten die Zinsen dann auch sinken. Das klingt ja so, als wenn es wirtschaftlich im Wahljahr für Joe Biden nach Plan läuft. Ja, das klingt so. Aber auf der anderen Seite sieht man, wenn man hier lebt, dass es aber gar nicht so ist, wie uns erzählt wird. Das ist ja das Seltsame. Also es wird sehr viel Geld in Spritförderung gepumpt. Das heißt, dass der Benzinpreis nicht wieder so hoch geht, wie er zwischendurch mal war. Aber es gibt andere Sachen, die entgleiten völlig. Seien es Versicherungen, seien es Preise bei Mieten und bei Hauskäufen. Das ist halt nicht Inflationsbasket drin. Gibt es ja bei uns auch diesen sogenannten Korb, mit dem dann ermittelt wird, was die Teuerungsrate ist. Und darauf kommt es ja an, was da drin ist, um die offizielle Berechnung zu machen. Und ich kann nur sagen, dass das Leben hier ganz andere Sachen präsent hat. Und dass es durchaus eine enorme Teuerungsrate nach wie vor gibt und die Menschen da sehr unzufrieden sind. Am Samstag hat das Weiße Haus für Diskussionen gesorgt. Gefeiert wurde der Transgender Day of Visibility, also frei übersetzt Transpersonen-Sichtbarkeitstag. Was ist das? Welche Bedeutung hat der bei Ihnen in den USA? Ja nun, also es wurde ja von Joe Biden offiziell übers Weiße Haus herausgegeben, dass der 31. März der Transgender Visibility Day ist, damit man endlich einmal diesen bislang ja völlig unhörbar und unsichtbaren Menschen eine Plattform gibt. Das war Ostersonntag, dass das gemacht wurde. Und das ist etwas, was vielen Amerikanern gegen den Strich geht. Und zwar nicht nur Republikanern, sondern allgemein Christen in Amerika. Jetzt muss man sagen, 68 Prozent der Amerikaner bezeichnen sich selbst als gläubige Christen. Und die fanden das jetzt nicht so lustig, dass ausgerechnet Ostersonntag Joe Biden offiziell sich zu diesem Tag geäußert hat und ihn gefeiert und deklariert hat. Diesen Tag gibt es ja schon länger, aber diese offizielle Wahrnehmung vom Weißen Haus ausgerechnet am Ostersonntag ist schon nochmal eine andere Nummer. Und das wurde nicht wirklich positiv aufgenommen. Der Tag ist also festgelegt auf den 31.03. und jetzt durch Zufall fiel der auf den Ostersonntag. So war es ja, aber warum hat Biden sich ausgerechnet Ostersonntag ausgesucht, um ihn offiziell zu deklarieren? Hat er bislang nicht gemacht. Er hätte ja warten können bis nächstes Jahr, aber dann wäre die Wahl gelaufen gewesen. Also es war ganz klar eine Wahlkampagne gewesen, um entweder Transgender-Menschen beziehungsweise Menschen, die diese ganze Bewegung unterstützen und das gutheißen, um denen ein politisches Geschenk zu machen. Und das eben auf Kosten, so sagt man hier, der ganzen Christen, die das als Ostersonntag in dem Moment entheiligt sehen. Das ist vielleicht etwas zu wild ausgedrückt, aber doch beschmutzt sehen und sagen, wie kann man das machen, ausgerechnet am Ostersonntag. Das würde aber wahrscheinlich bedeuten, dass Biden und sein Team davon ausgehen, dass so ein Transgender-Tag eigentlich die Mehrheit der Amerikaner freut. Ich glaube ganz einfach, dass sie sagen, wir tun alles dafür, dass diese ganze Transgender-Bewegung inklusive der jungen Leute, das darf man ja nicht vergessen, dass viele Jugendliche die Transgender-Bewegung, auch wenn sie selbst sich nicht als Transgender identifizieren, dass sie das sehr stützen und sehr unterstützen und darauf schielt Biden. Er schielt darauf, dass die Christen ihm das schon verzeihen werden und die jungen Leute es einfach feiern werden bis zur Wahl. Würden Sie sagen, das ist ein richtiger Kulturkampf, der sich auch bei diesem Thema deutlich macht? Also die Demokraten oder auch selbsternannten Progressiven stehen auf dieser Seite und Donald Trump, Republikaner, Konservative stehen konkret auf der anderen Seite und daran kann sich auch eine Wahl entscheiden? Ja, so weit gehe ich mittlerweile. Amerika ist geteilt. Deutschland, das merke ich ja bei meinen Besuchen, ist es ebenfalls. Ich schaue manchmal mit Staunen auf Deutschland. Aber Amerika ist arg geteilt und Joe Biden bekommt vieles, glaube ich, selber auch gar nicht mehr mit. Und es wird ihm von seinen Beratern, die von den unterschiedlichsten Lobbyisten beraten werden wiederum, wird ihm irgendwas vorgegeben, was er dann wiederkäut und was dann gemacht wird. Und das teilt, weil er ist ja angetreten als der Versöhner der Große. Aber die Sachen, die er macht, versöhnen überhaupt nicht, sondern spalten noch viel mehr. Abschließend mal noch zu einer anderen Moralfrage. Die Vereinigten Staaten und die Sexskandale. Wir kennen ja die Fälle von Harvey Weinstein und Jeffrey Epstein. Jetzt kam der Nickelodeon-Skandal an die Öffentlichkeit. Also etliche Kinderstars könnten Opfer von sexueller Gewalt geworden sein. Außerdem steht Puff Daddy aka P. Diddy unter Verdacht. Also auch einer der großen Stars der 90er und Nullerjahre des Musikgeschäfts. Wird das US-Establishment jetzt nochmal richtig durcheinandergewürfelt? Ich glaube nicht. Das Ding ist, dass es jedes Mal im Prinzip geschafft wird, dass sich die Establishment-Leute frühzeitig distanzieren bzw. einfach gar nichts gewusst haben wollen, also völlig ratlos sind, wie das sein kann. Und es wird immer ein paar kleine Opfer geben. Wer war es denn bei Epstein? Es war Prinz Andrew von England. Der interessiert hier in Amerika nicht wirklich. Der wurde quasi den Hyänen zum Fraß vorgeworfen und dann Epstein selbst und seine Gehilfin. Es ist doch nicht wirklich jemand zu Fall gekommen. Es war weder Bill Gates, der zigmal da war, noch Bill Clinton, der zigmal da war. Wurde irgendwie vorgeladen oder bestraft. Und genauso wird es mit allen anderen Sachen auch ausgehen. Und gerade bei Puff Daddy sage ich, der wurde doch Zeit seines Lebens immer damit assoziiert, dass er wilde Sexpartys gemacht hat. Das ist normal. Also so konservativ und prüde die Amis auf der einen Seite sind, so normal finden sie es, was Rockstars auf der anderen Seite machen. 450 Millionen Dollar Strafe, Durchsuchung beim Popstar P. Diddy, Sexskandal des Präsidentensohns und der Tag der Transpersonen-Sichtbarkeit. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Unsere Nordamerika-Korrespondentin Susanne Heger behält den Überblick. Danke nach Florida. Gerne. Wenn fünf Freunde ein Verbrechen aufklären, stellen sich ihnen mehr als drei Fragezeichen. Aber vielleicht sollte man die Aufklärung auch John Sinclair überlassen, wenn der nicht gerade Ferien auf Salt-Krokan machen würde. Kinderbücher und Hörspiele haben unsere Kindheit und Jugend geprägt. Wie ist das eigentlich heute? Brauchen wir diese Geschichten noch? Wie viel Zeitgeist soll ins Kinderbuch? Was, wenn der Fuchs auf einmal zum Veganer wird? Das besprechen wir jetzt mit Bernhard Lassan. Der Schriftsteller verfasst seit Jahrzehnten Kinderbücher. Unter anderem hat er auch die Käpt'n-Blaubeer-Geschichten mit erfunden. Herr Lassan, guten Tag. Ja, guten Tag. Kinderbücher konkurrieren heute mit Tablets, vielleicht sogar schon mit eigenen Handys bei den Kindern. Welche Bedeutung haben Kinderbücher da noch? Damit die Kinder lesen lernen. Dafür sind die da. Also die Kinder lernen eine Kulturtechnik, nämlich das Lesenlernen. Man kann sagen, gut, das Tablet bedienen ist auch eine Kulturtechnik. Ja, das könnte auch eine Kulturtechnik werden. Aber zunächst mal lernen Sie lesen. Deshalb gibt es sogar so etwas wie Erstlesereien. Das heißt, da werden wenig Texte mit vielen Bildern kombiniert, damit die Kinder ein Erfolgserlebnis haben. Und das Erfolgserlebnis soll sie dazu verführen, selber lesen zu lernen. Das ist eines der Hauptaufgaben der Kinderbücher, dass man sie in diese Kulturtechnik des Lesenlernens einweist. Und dass es erst mal etwas Gutes ist, dass es erst mal etwas Neutrales ist. Sie können dann später entscheiden, was sie alles lernen wollen. Wenn ich also mit meinem zwei- oder dreijährigen Kind schon Bücher vorlese, hat das bei ihm schon was mit Lesen zu tun? Vorlesen ist auch wichtig. Vorlesen ist aus pädagogischen Gründen wichtig und ist wichtig, um eine Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen. Und um mit den Kindern gemeinsam so Fantasieräume zu erschließen, zu erwandern darin, spazieren zu gehen, mit denen was Gemeinsames haben. Da ist dann auch die Stimme wichtig beim Vorlesen. Und dass man es mit den Kindern teilt und sich für die Kinder Zeit nimmt, das ist beim Vorlesen wichtig. Erstaunlich ist übrigens, dass die Kinder, wenn die eine Geschichte vorgelesen kriegen, sich die genau merken und Wortlaut. Also bei meiner Tochter war es zum Beispiel mal so, die ist eines Tages aus dem Kindergarten zurückgekommen und hat gesagt, wir haben heute was von den Bremer Stadtmusikanten gehört. Alles falsch. Die Geschichte hatte nicht denselben Wortlaut, deswegen war für sie alles falsch. Also die Kinder lernen, auch wenn sie was vorgelesen kriegen, lernen sie auch Sprache. Das klingt ja so, als wenn Kinder aus ihrer Sicht auch gewissermaßen so ein Gefäß wären und man kann das halt auch füllen, so wie man das gerne möchte. Das behalten wir mal im Hinterkopf, kommen wir gleich darauf zurück. Naja, das ist die Technik, sie lernen das Trinken. Das ist etwas Methodisches, sie lernen die Methode des Lesens. Das ist nicht dasselbe wie ein Gefäß. Das Gefäß ist dann das, was es dann nachher zu lesen gibt. Kinderbücher gibt es seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Jetzt gibt es aber neue Kinderbücher, beispielsweise das, was Anke Engelke herausgebracht hat. Das heißt die neue Häschenschule und ist eine Neuveröffentlichung von die Häschenschule vor 100 Jahren. Bei Anke Engelke ist der Fuchs ein Veganer und die Gefahr geht vom Bauern aus. Wie sehen Sie solche Neuinterpretationen? Denn die Kinder könnten jetzt ja sagen, ich habe bei der Anke Engelke gehört, der Fuchs ist Veganer und der Bauer ist böse. Ja, ich halte nicht sehr viel von solchen Umschreibungen, weil sie meiner Meinung nach das Original gar nicht wirklich ausrotten können. Sie beziehen sich auf das Original. Irgendwann werden die Kinder merken, dass es irgendwie eine Umdeutung des Originals ist. Märchen sind öfter umgeschrieben worden. Es gibt also Märchen, die keine Gewalt enthalten sollen. Es gibt Märchen, die neue Geschlechterrollen hineininterpretieren wollen in die Märchen. Das wird alles nicht funktionieren. Meiner Meinung nach sind die Märchen Rohstoff und der wird sich durchsetzen. Und was Anke Engelke probiert, ist eine Art Parodie oder ist eine Art Umschreiben. Ja, fast könnte man von einem Missbrauch sprechen. Bei Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, gibt es auch Neuigkeiten. In der neuen Auflage ist Jim Knopf weniger schwarz und er hat schmale Lippen. Ja, das stimmt. Er hat eine Michael Jackson Kur gemacht. Rauchen darf er auch nicht mehr. Also er hat keine Pfeife mehr. Der Verlag schreibt dazu, damit Kinder, die die Bücher jetzt lesen, diese sprachlichen Elemente nicht in ihrem Alltagswortschatz übernehmen, haben Nachlass und Verlag nach reiflicher Überlegung entschieden, das N-Wort zu streichen und die Stereotypenbeschreibungen zu reduzieren. Also auch der Text ist jetzt verändert. Ist das eine notwendige Maßnahme des Verlags? Ich finde es eine falsche Maßnahme, aber diese Maßnahme trifft jetzt nicht nur Jim Knopf. Die betrifft auch den Räuber Hotzenplotz, die betrifft Gottfried Preußler und die betrifft Pippi Langstrumpf. Es geht immer darum, dass die Verleger meinen, sie müssten die Begriffe zeitgemäß machen, entsprechend des neuen Sprachgebrauchs. Und sie vergessen dabei, dass das, was heute zeitgemäß ist, morgen nicht mehr zeitgemäß ist und dass sich der Sprachgebrauch weiterentwickeln wird. Ich bin dafür, dass man die Texte so belässt. Grundsätzlich bin ich dafür, dass man die Texte so belässt. Das N-Wort, um das es hier geht, ist meiner Meinung nach kein böses Wort. Also ich sage es jetzt mal mega. Ist an sich kein böses Wort. Das Wort selber ist nicht böse. Es kommt immer auf den Zusammenhang an und es kommt darauf an, wer es benutzt. Es ist selber kein böses Wort. Auch das Wort Mädchen ist nicht böse. Wenn ich das Wort Mädchen allerdings zu einem Polizisten sage, dann kostet das was. Das kann ich im Bußgeldkatalog nachgucken, weil dann ist das der falsche Kontext. Es kommt also immer auf den richtigen Kontext an und gerade bei dem Neger ist es ganz kompliziert geworden. Ursprünglich hat Gottfried Preußler den Neger nur reden lassen von einem Herrn Ärmel. Und dieser Herr Ärmel sollte eine zweifelhafte Figur sein, die altmodisch ist. Er legt das Wort Neger in den Mund von jemandem, der eine fragwürdige Rolle spielt. Also er nutzt es eigentlich als Zitat. Und dieser Zitat gebraucht, der fällt zunehmend weg. Also auch wenn Neger so gebraucht wird, dass wir eigentlich daraus lernen sollen, so sollte man nicht reden, sollte man das Wort Neger nicht mehr verwenden. Das ist eine Steigerungsform. Wir haben dieses Jahr schon siebenmal gesagt. Das war ungefähr fünfmal häufiger als notwendig, um den Kontext zu verstehen. Warum haben Sie das gemacht? Ja, ich habe damit schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe mal ein Referat darüber gehalten, warum ich selber das Wort Neger vermieden habe. Ich habe ein 500 Seiten Buch geschrieben, das in Westafrika spielt, wo das Wort Neger nicht vorkommt. Ich habe mich darauf eingelassen, ich bin nicht stolz auf diese Maßnahme. Das war schon im Jahr 2000. Und jemand hat genau eben wie jetzt nachgezählt, wie oft ich im Zuge meines Referates das Wort verwendet habe und hat dann Jahre später, als ich bei einem anderen Vortrag eingeladen wurde, darauf gedrängt, dass ich nicht eingeladen wurde, weil ich das Wort gesagt habe. So weit ist es gekommen. Also man kann nicht mal darüber reden, dass man darüber nicht reden kann. Der Verlag argumentiert ja tatsächlich modern, so wird es ja auch gemacht, dass man beispielsweise dieses Wort nicht reproduzieren soll. Also der Gedanke ist, dass dieses Wort und auch so manch anderes Wort einfach aus dem Sprachgebrauch rausgehen, dass man es dann gar nicht mehr benutzt. Ja, und das geht nicht. Also man kann das Wort sowieso nicht wegkriegen. Man kriegt es ja nicht weg. Man kann auch einen Ort nicht auslöschen. Man müsste dann noch die Hinweisschilder auf diese Orte alle auslöschen. Es geht gar nicht. Man kriegt das Wort nicht weg. Man kriegt es eben auch nicht aus dem Sprachgebrauch raus. Man kriegt es auch nicht aus den Übersetzungen raus. Das Wort kriegt man nicht weg. Was hier stattfindet, ist ein Missverständnis, ein Kategorienfehler, den ich mir so erklären kann, wenn ich auf die Mathematik zurückgreife. In der Mathematik gibt es Zeichen, in der Mathematik gibt es Rechnungen. Da gilt, dass das, was vor der Klammer steht, wichtig ist, sondern nicht das, was in der Klammer steht. Also wenn in der Klammer steht 1 plus 1, dann ist es nicht notwendigerweise 2. Wenn vor der Klammer ein Minuszeichen steht, dann ist es minus 2. Also es gibt diese Rechnung, dass eben etwas wichtiger ist, als das, was in der Klammer steht. Wir haben jetzt die Situation, dass nur das, was in der Klammer steht. Also wenn ich sage, Neger ist ein böses Wort, dann darf ich das genauso wenig sagen, wie Neger ist ein gutes Wort. Wenn ich sage, Höcke finde ich ganz toll, dann darf ich das genauso wenig sagen, wie Höcke finde ich ganz schlecht. Es ist dann jedes Mal immer nur das Wort, was erwähnt wird, das als Zeichen genommen werden soll, um eine Gesinnung zu überprüfen. Aber das Wort selber ist gar nicht entscheidend, sondern entscheidend ist der Gebrauch, ist der Kontext und es ist natürlich derjenige, der so spricht, entscheidend. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern das Buch lese und da kommt das Wort vor und dann erkläre ich meinen Kindern, das hat man damals, 60er Jahre, haben wir das alle gesagt, sogar in meiner Kindheit hat man das noch gesagt, heute sagt man es eher mal nicht, da fühlen sich Menschen verletzt. Wäre das jetzt der richtige Umgang? Also ich habe mich damals darauf eingelassen, weil es hieß, und das sagen auch die Verleger jetzt, man wolle Missverständnisse vermeiden. Und ich finde das kein gutes Argument, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe ja auch gesagt, ich bin nicht stolz darauf, dass ich es selber gemacht habe. Ich habe im Jahr 2000 aus meinen Büchern die Worte Neger entfernt. Da gab es mehrere Bücher. Es gab ein Kinderbuch, das neu aufgelegt wurde, und dieses erwähnte Buch, das in Westafrika spielte, weil man Missverständnisse vermeiden wollte. Wenn man aber Missverständnisse vermeidet, dann macht man die Missverständnisse zum Maßstab. Das finde ich grundsätzlich nicht richtig. Ich habe mich darauf eingelassen, bin aber nicht stolz auf diese Regelung. Denn man sollte Missverständnisse nicht zum Maßstab machen. Was ist daran falsch, sie so zu nennen? Es ist eine Unterstellung, dass damit eine Diskriminierung und Beleidigung einhergeht. Und diese Unterstellung muss ja nicht stimmen. Man kann natürlich grundsätzlich schon sagen, dass es da um eine gewisse Bevormundung geht in modernen Kinderbüchern. Also der Fuchs ist jetzt auf einmal vegan und der Bauer ist der Böse und die Mama geht jetzt zur Arbeit und der Papa macht zu Hause die Hausarbeit. Oder es gibt gar keinen Papa, weil es sind zwei Mamas. Und das ist ja alles so, muss das jetzt sein? Da frage ich mich aber, waren Märchen und Kinderbücher nicht immer irgendwie triefend von einer Form von Moral? Hier Max und Moritz sind doch auch gehäckselt worden und den Hühnern zum Fraß vorgeworfen. War das nicht immer so? Ja, die Kinderbücher waren eigentlich selten wirklich Kinderbücher. Also auch die großen Kinderbuchautoren, die wir vielleicht aus dem englischsprachigen Bereich jetzt in Erinnerung haben, Stevenson, Dickens oder Swift oder Daniel Defoe, das waren ja keine Kinderbuchautoren. Man hat diese Kinderbücher als Kategorie eigentlich erst erfunden, ziemlich später, so ungefähr vor 100 Jahren oder so, auch mit dem Hintergedanken, dass Kinder leichter herangeführt werden sollen. Und deswegen haben dann auch Autoren wie Kästner Werke der Weltliteratur umgeschrieben für Kinder. Man hat also speziell Kinder erziehen wollen oder Kinder heranführen wollen ans Buch. Und da sind wir jetzt bei dem pädagogischen Problem. Ja, da sind wir dabei. Ist es eine pädagogisch richtige Maßnahme, die Kinder in diese Diskriminierungspolitik einzuführen? Und diese Diskriminierungspolitik ist eben fragwürdig und die ist auch zeitbezogen. Wir werden vielleicht in späteren Epochen nicht mehr so denken, zumal sich ja auch oft Schimpfwörter oder abwertende Wörter gerade so gewandelt haben. Angefangen von den Huguenotten oder nehmen wir die Dreadlocks, was ja irgendwie eine Beleidigung war, dass das Dreadful Lock sind. Die werden dann zu einem Ehrenzeichen. Auch das Wort Schwule hat eine ganz andere Karriere gemacht. Früher als Schimpfwort, das ist dann jetzt so ein Wort, das man mit Stolz vor sich hinträgt. Diese Sachen sind ja gar nicht entschieden, endgültig entschieden. Besonders sind sie nicht entschieden, was die Eskimos betrifft, was die Zigeuner betrifft, um mir jetzt noch gleich mehr zu sagen, was die Indianer betrifft. Das sind alles Sachen, die im Fluss sind. Und diesen Fluss jetzt zu beenden, das ist falsch. Sie haben für die Sendung mit der Maus Käpt'n-Blaubeer-Geschichten erfunden und erzählt. Und die sind ja auch nicht wirklich vorbildlich. Also der Hein Blöd ist jetzt nicht der cleverste? Und Blaubeer ist ein autorischer Lügner? Ja, ganz recht. Das wurde auch schon gerügt. Allerdings fingen die Rügen auch schon vorher an. Die ganze Sache ist ja schon 30 Jahre her. Und ich war zu Anfang auch gar nicht mal so dagegen. Also die erste Regel, die wir hatten als Autoren, ist, dass wir nicht O Gott, O Gott sagen sollten, weil es dann Proteste geben würde von der katholischen Kirche. Da waren die im WDR schon darauf vorbereitet. Und das habe ich irgendwie witzig gefunden. Dann sagt man halt beim Neptun. Das fand ich irgendwie ganz nett. Dann ging es darum, dass die Pfeife wegkamen. Wie auch bei Jim Knopf, die Pfeife wegkamen. Und dann ging es darum, dass der Alkohol wegkam. Dann habe ich auch gedacht, na ja gut, ist ja auch für Kinder. Und die sollte man vielleicht nicht jetzt zum Alkohol erziehen oder zum Rauchen erziehen. Damals lief ja auch die große Raucherkampagne an. Die große Nichtraucherkampagne, besser gesagt. Und da habe ich mich auch nicht dagegen gesträubt. Und habe jetzt auf Teufel komm raus drauf bestanden, dass jetzt aber der Blaubeer doch eine Pfeife raucht und ab und zu mal rumtrinkt. Da habe ich mich drauf eingelassen, weil ich das irgendwie auch gut fand. Und ich hatte auch eine Tochter, habe ich immer noch. Und da hieß es dann, ja, aber es ist zu wenig weibliches Element beim Blaubeeren. Und da muss die Schleife vergrößert werden von dem Bärchen, das weiblich ist. Und dann kommt auch noch eine Figur dazu. Die Bille heißt das. Die Bille, die dann dem Käpt'n noch mal den Putzeimer in die Hand drückt, weil es eben so ist, dass die Frauen heute zu bestimmen haben, wer die Hausarbeit macht. Und der Käpt'n also auch selber das Deck schrubben muss. Das sind alles Sachen, die dann hinzugekommen sind, eben weil man das an die jeweiligen Zeitströmungen anpassen sollte. Und das geht alles sehr, sehr langsam vor sich. Und das geht immer so weiter. Und es ist insgesamt eine ungute Entwicklung. Kinderbücher werden von Erwachsenen geschrieben. Einer von ihnen ist Bernhard Lassan. Er hat unter anderem Abenteuer für Käpt'n Blaubeer erfunden und erzählt. Mit ihm sprachen wir über aktuelle Kinderbücher und den moralischen Zeigefinger. Bernhard Lassan hat seine eigene Sendung im Kontrafunk. Jeden Donnerstag ab 20.05 Uhr begrüßt er sie bei Unterfreunden. Herr Lassan, herzlichen Dank. Ja, bitte, bitte. Beim Neptun. Gern geschehen. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Wir sprachen mit Professor Michael Klein über die Cannabis-Legalisierung, mit Bernhard Lassan über Kinderbücher und mit Susanne Heger über den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Zum Ende unserer Sendung habe ich noch eine Einladung für Sie. Kontrafunk feiert Geburtstag und Sie können dabei sein. Am 21. Juni steigt die Sause in der Messe Dresden. Uwe Steimle macht Kabarett. Jan Song King singt. Eine hochkarätige Sonntagsrunde wird aufgezeichnet. Marco Riemer, Andreas Thiel und Basta Berlin werden auf der Bühne sein. Nach nicht einmal zwei Tagen Vorverkauf ist die Halle schon zur Hälfte ausverkauft. Aber wir wollen natürlich eine volle Hütte. Über unsere Internetseite kontrafunk.radio können auch Sie dabei sein. Und das wäre doch klasse, wenn wir uns endlich mal persönlich treffen. Am 21. Juni in Dresden. 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 Vielen Dank.